Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Es ist blau und stark. Wasser ist eine unserer wichtigsten Quellen. Letztes Jahr haben wir in neun eigenen Wasserkraftwerken etwa 750 Gigawattstunden grünem Bahnstrom erzeugt. Aktuell werden rund 500 Millionen Euro in die Modernisierung und in den Ausbau zweier Kraftwerke investiert. Und in Wirklichkeit müssen sie das alles gar nicht wissen. Nur heute ist der beste Tag, das Klima zu schützen. Denn jede Maßnahme macht den Unterschied. ÖBB. Heute für morgen für uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017